Hallo, ich bin wieder zurück. Ich fahre einkaufen. Oh, erstmal hinsetzen. Das war so anstrengend. Oh, endlich sitzen. Äh, hast du vielleicht irgendwas Sinnvolles gekauft, was wir gebrauchen könnten? Wie zum Beispiel ein Haus? Oder irgendwas anderes? Nö, eigentlich nicht. Ich habe eher so einen Football gekauft, den wir hin und her werfen können. Und vielleicht können wir ja ein bisschen jetzt draußen spielen. Das finde ich super.